Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man eigentlich so eine Tür ganz einfach alleine aushängen und vor allem auch wieder einhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert eigentlich bei fast allen Türen relativ ähnlich und zuerst einmal sollten wir diese auf jeden Fall öffnen, dass wir mit der einen Hand, in meinem Fall die rechte Hand, unser Türblatt schön halten können und mit der linken Hand kommen wir auch zwischen Türblatt und Sarge ordentlich rein. Wenn die Tür ganz geöffnet ist, geht es jetzt darum, dass ich das Türblatt mal ordentlich mit meinen beiden Händen greife, ein paar Zentimeter nach oben hebe, von meiner Sarge wegziehe und wenn ich es loslasse, habe ich mein Türblatt nämlich auch schon richtig ausgehängt. Beim Einhängen gehen wir eigentlich in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir bleiben hinter unserer Tür, heben diese jetzt schon einmal ein paar Zentimeter hoch und dann können wir auch schon mit einem Fuß, in meinem Fall der rechte Fuß, nämlich das Ganze von unten unterstützen. Jetzt geht es einfach darum, dass unser Türband zuerst einmal unten bei dem Gegenstück schon etwas genau darüber liegt und wenn es unten passt, dann schaue ich, dass ich es oben auch noch ordentlich positioniere. Und wenn meine beiden Türbänder passen, dann kann ich auch schon das Türblatt einfach loslassen und es sollte somit auch schon richtig eingehängt sein. Falls du dir eben solche Fitschenringe hier zulegen möchtest, um deine Tür einfach zu Hause etwas noch anzuheben, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.